Er kann doch wenigstens Milch holen. Er will sich nicht von den Nachbarn mit einer Einkaufstüte sehen lassen, weißt du? Wieso denn nicht? Doch, da gibt es ein Lied. Spiels. Aber Rettich brät man doch nicht. Doch, zusammen mit den Karotten. Das weckt Erinnerungen. Schön, Sie wiederzusehen. Du bist auch hier. Ja, wie versprochen. Das wird ihm gut tun. Yunpei. Das ist doch keine Beerdigung. Das bringt Unglück. Es ist schon gut. Wir sind ja alle wegen ihm hier. Bringt das was ein? Genug, um eine Witwe mit Kind zu ernähren. Da, ein gelber Schmetterling. Ist Arzt zu sein das Einzige, was zählt? Wollen Sie nicht reinkommen und ein Räucherstäbchen anzünden? Das 잠깐만. Wenn ja nicht reinkommen und ein Räucherstäbchen bezieht, wird変n grande, Räucherstäbchen anzünden. Oder haben wir auch algo ang paperbell. Vielen Dank.